jawohl der ultimative contest mit dem drei herr und mir ich will abnehmen er will auf ihn zu rauchen ob das klappt weiß ich nicht ich bin gespannt bei mir ist jetzt tag vier von den abnehmen tagen und ich hoffe es bleibt so wie es momentan ist ich bin jetzt gerade im büro und wollte eine kleine einführung machen mich vorstelle ich bin manuel und werde dann gleich meine bekannte fahrradtour machen ich werde schwitzen aber mich auf jeden fall noch mal melden dann von da aus und irgendwie mal sehen dass es noch weiter geht denn heute ist es extrem warm und ich habe irgendwie auch zu enge klamotten an und irgendwie drückt alles und ich bin gespannt wie es weitergeht drei herr will auf ihn zu rauchen das ist ungefähr das zwanzigste mal seit ich ihn jetzt kenne dass er aufhören will zu rauchen aber ich bin gespannt vielleicht klappt er jetzt mit dem ansporn dass ich auch was mache und dann hoffen wir mal es klappt okay dann würde ich sagen bis später und wir sehen uns so jetzt wieder hin unterwegs im büro sein kann man sehen kann mich echt schon ziemlich verschwitzt ich musste gerade noch ein schiff in meinem umzug helfen und erster stock gefühlte zehn tonnen möbel und naja egal ich bin hier auf dem weg mit einem tollen rad wie man hört contest manuel wird es drei aber ist im vollen gange wie man sehen kann ich schwitze dafür sehr hart sonst kommen wir da gerade Leute hängen im moment muss ich erst mal von zu füllen hin so ich fahre heute noch mal die kleinen fahren weil es ist eben auch echt hart und es ist aber genug sport für heute so 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 bin ich ja da also 3x vs. Manuel oder Manuel vs. 3x hat der Kampf ich nehm ab der will offen zu rauchen naja ach ja wie das passiert ach so ich muss noch einmal die trotz die grüßen er hat sich beschwert wo der Tag 2 bleibt eigentlich weil ich einen Tag übersprungen habe man merkt schon dass ich lange keinen Sport gemacht habe ich so fährt hier ein Auto lang das geht überhaupt nicht okay so ich muss euch aufmachen weil ich nicht mehr reden kann und so jetzt bin ich an der Gleitschule wie gestern aber auf jeden Fall wesentlich verschwitzter aber ich bin gleich wieder zu hause und werde ich mich wieder schön entspannen und dann erst mal ein Video hochladen dass ihr alle schön sehen könnt wie ich gerade leide und die Reihe fertig mache war's klar also wir sehen uns morgen denk ich wieder auf der Tour hier ich freu mich tschüss